Heyho Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Im letzten Part haben wir die fünfte Pokalrunde abgeschlossen und habe jetzt auch zu Ruki und dem guten Hakuryo die Schüsse gegeben, die ich auch versuche werden zu showcasen. Und diesmal haben wir hier diese Kämpfe The Temmas, Protocol Omega und Sanark Domain. Okay, wir beginnen. Immer wieder laufen und ich tue mal voran nach vorne, voran tue ich so mal nach vorne. Dann fangen wir mal an. Ups, ihr habt mich verdrückt, my bad. So, dann let's go. So, Inazuma Zwitserlande gegen The Temmas. Let's fucking go. Die sechste Pokalrunde steht nun an und wir versuchen mal daraus was zu machen. So, ich mach die Musik. Oh man, ne, 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 das erste was sie überwachen müssen ist natürlich, ähm, Pflicht. Es ist eine, es ist eine Religion, den Beta-Test zu machen. Fick dich, Tenma. Oh man, oh man, Tenma. Da meinte es halt zu. Ich glaube nicht, dass er eine Blocktechnik hat, also. Ja. Leskubita. Leskubita. Oh. Ah, der ist ja unser Fae, nicht der Gegner Fae. Ah, so hältst du ihn auf keinen Fall. tot. Einfach tot. Wunderbar. Dann als nächstes haben wir nun Fran an unserer Seite. Die, wie aus der Sehnen, direkt mal schießt. Aber da hat er es eine Blocktechnik, der gute Tenma. Da, muss ich ein bisschen aufpassen, genau. Genau. Perfekt. Arm da. Wunderbärchen. 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 Also, dass du die F-Five-Sethos. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Oh f***. Oh shit. Wunderbärchen. Nein. Oh nein, oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah! Warum? Ich kann nicht gehen! Der crazy Sunlight! Der crazy Sunlight! Um den Ball wieder zu holen. Jetzt den Haken zu geben. Und jetzt zeigen wir... Nein! Noch nicht! Weil Temma ist, was sich denkt, so... Das! Genau das! Wanda-Trappe! Wanda-Trappe! Okay. Die Gotthorn sollte reichen. Die reicht auch. Perfekt. Keeper! Shoot! Seidou! Langsam mit Zuro-G. Doch nicht! Die lassen es gerade nicht. Die lassen... Erstmal so... Janu herausholen. Perfekt. Janu! Janu! Keeper! Die lassen es sich gerade nicht schießen. Das ist ein... Doof. Mann! Tenma! Tenma! Ach... Wanda-Trappe! Wanda-Trapp! Wanda-Trappe! Ich will! Ich will! Ich will! Ich will! So ist es los ich! Jeder wird mal ein bisschen nerviger, aber das ist okay, weil dann wird es ein bisschen interessanter. Kann ich jetzt bitte zu irgendwem gehen, der, ach komm, leckt mich doch. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt, wo ich zurückgehe. Da ist Tobi, perfekt, oh mein Gott. Ich hab erst was das war. Oh, ich hab ganz vergessen, woher das kommt, actually. Aber es ist eine coole Technik. Der soll jetzt jeden Fall reingehen. Ziemann, der Kick-Off, der Kick-Off, der Kick-Off. Der Kick-Off. Der Kick-Off. Der Kick-Off. 팀-Off! DUCK-Off? BIKO! DOUGH, BIKO! Och Junge! Ah, da ist der... Ah, man. Schön. Mhmmmm, ..hmmmm ... Mhmmm, hmmm, ohh, bah... Ooh, is gefährlich! Wieso sch麻lt das denn? Egal! quelleine Einfach mal. Wir sind einbe jogar «Iyer». Ah, wunder! Oh, ein guack. Den hält er aber nicht. Wenn er Level 2 macht, dann hält er den sowieso nicht. Dora-Gon, Dora-Gon. Nicht der Käpt'n. Nein, der einzig wahre. Ah, shit. Da kommt er aber nicht durch. Er hat sich hier auch richtig nicht zu gewinnen. Ja, ich wusste es abseits. Oh, what? Oh mein Gott. Sehr gute Defensive. Komm nicht einfach so vorbei. Bicke. Ah, Bicke soll schon. Tyranno. Ja. Ja. Da kann ich noch La Flamme machen. Ja, La Flamme. Warte, Mixi-Max. Weil ich schon dabei bin. Sehr schön. Da kommt beide Hülken hinterher. Ja. Perfekt. Da, mein Exzellento Presto hört ihr nichts an. Exzellento... Was? Wunderbar. Wow. Oh. Okay. Da, das ist eine Wettungsphase. Das ist ein Wettungs deviiger. Das ist gar nicht. Aber dein Wettungsphase. Das ist gar nicht so schwer. Das war Zeit. Aber da kommt dann Skywalk vorbei. Moment! Skywalk ist anscheinend... Dieser Phase ist anscheinend so stark wie der Epik-Temmer. Okay. Warum nicht? Illusion Ball! Get rekt! Man, 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 man! Man, 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 man! W-Shot-Ton! Die Krone ist so gross! Habt ihr dabei, der einen in die-Bete-Test zu schaffen? Nein, tut er nicht. Weil der Torwart ist eigentlich nicht gut. Ich würde nicht schützen, höre ich nicht? Die Torhüter sind bei diesen Mannschaften nicht so gut wie die vorherigen. Dann sieht er wirklich den... Ja, wollen wir mit vorher Despair einlachen? Wunderbar. Vielleicht auch der Gegend rein, weil... Hält den aber? Vielleicht hält den? Nein, tut er nicht. Weil Franz zu broken gerade. Schießen auf es ist es nicht zu beschützen. Na dann. Na dann. Bounce! Ravik-chan! Richtig getimed, sodass es Kirino ist... ...die das blockt. Der das blockt. Nop. Niemals. Du kommst nicht an mir vorbei. Kila-kila-Illusion! Geht. Geht. Nicer, nicer. Schade. Hey... N hinterher weg. Aberta-fter Museum... Winnerisch! Nein. Sehr wieses. Sprint-u-up. Oh Pferd, mal! Ich dachte, äh, ups. Ein bisschen Bad-Drop-Action. Let's go. Den Hilder. Nice. Nein. Oh. 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 Es ist ja ein bisschen gefährlich geworden. Bisschen gefährlich. So ein bisschen. Nein! Fuck. Nein, du. Nein, 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 nein. Scheiße. Ja, das ist ein Tor. Shit. Der geht rein. Ah, scheiße. Wollt meine ich gut sein, beim Leben. Oh, B ist das. Nee, danke. Melody Wave. Das wäre ja gleich wieder ein Gegentreffer gewesen. Du hattest richtig Bock gerade. Das hat man gesehen. Dann aber jetzt zum nächsten Spiel. Wir machen das Team. Wir machen das Team. Wir machen das Team so gut. Okay. So, jetzt Protokoll Omega gegen mein Team. Okay. Also, Endless um in der Schweiz gegen Protokoll Omega. Wir machen das Team. Wir machen das Team. Wir machen das Team mit dem Mikro, Yashima Yosuke. Wir wissen alle was kommt. Beta Red nach hinten. Ist das der berühmte? Der Beta Test ist da wieder mal aktiv. Los, Computer! Ach! ämmerlich. Wunderschöter! Wunderschöter! Oh. Oh. Schieb. Schieb? Nein. Nein. Es ist halt einfach Weta, Leute. Also wartet ihr. Sie macht ihn immer rein. Oh, Saru kann was schießen. Oh, schluss. Oh, nice. Peter! Let's go! Omega Attack! Perfect. Das wird jetzt ausdehnen. Hier nochmal mit Saru schießen. Das wird es nicht so gut. Hör, hör... Hör, hör... BAM! Mach der! Gyro-Saving! Tot! Nein! Das will ich nicht! Stopp! 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 Look at Burning Catch! Wuuuuh! Hä? Äh! Ach Junge! Plasma Ball! Plasma Ball! Plasma Ball! Das ist ein super Eroppler! Banshee! Ja, schön, schön, gell? Okay, erstmal mach ich mal mit Titan nicht bis meine Defensive an. Die schießen mir grad ein bisschen zu viel. Ja! Oh fuck! Oh nein! Huuuuh! Also, Beta, du hast mehr Level 1. Doppeltechnik, du machst nichts. Nope! Beta! Gibt es nicht umsonst nur 1 Meter! Hahaha! Woah! Oh fuck! KINAKO! Ah! 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 Hossen jetzt einen Titan Defenden eigentlich? Huh! Oh my god! Is geht! Nope! 5! Geil, das ist richtig! Okay. Oh oh! Oh nein nein nein, ich will nicht den Beta-Test machen. Oh Gott! Da war ein wenig Maximum. Ich bin mit Animationen. Oh Mann. No, thanks. You got it. . What the hell did you? Nice! Keeper, you've made it! For me, Bixpax the Chinks can't for that any reason he can hold that shot actually. kann, eigentlich. Oh scheiße. Oh man. Sei du wein da. Mach denn nicht mal rein da. Sei du wein da. Ha 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 ha. Ich bin fanig. Ich fahr alles an. Ähm. Shit. Nee. Warte, wer schießt jetzt? Fack, wer schießt jetzt? Äh, mir niemanden. Okay. Hä? Hä? Na komm, stell's drauf. Nee. Einfach nee. Nee. Da. Trappe. Nee. Ja. Jetzt geht'sandra. Schade. Hat er damit reingemacht. Ja, so dann. War kein Wunder, dass es da nicht reingeht. Nee. Nee, zieh bitte. So, noch ein Illusionsball in die Fresse. Perfekt. Er ist hauptsächlich vorbei. So. So. Einmal weiter so weitermachen. Weil das hierbei sich so behalten. Na, komm, los geht's! Kannst du nicht stoppen? Nope. Er hatte zwar Claymore, aber... ...an Claymore... ...kommt man... ...kommt man nicht an, dass die Fenster war, wenn er nicht sogar zu Level 3 erzeugtächtigen... ...ähm... ...aushalten kann. Nein. Let's go! Gamma! Gamma Strike! "'. お願いします! Nein! Gäuble! Z Щ Speed. Das war gut. Let's go, Shuntsuka! Shuntsuka, Shuntsuka, da! Oh, Shuntsuka! Keeper Command 07! Schau! 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 Wo ist Shuntsuka? Ich hab hier ein Tor, ich hab hier ein Tor, ist gut. Plasma Ball? Nee, Saito war in der W2. Für den Fall ist es schönes Gericht im Tor, es block ich trotzdem da ab. Oh, Shuntsuka! Ich habe keine Ahnung, ich verstehe. Hier! Danke. Oh Gott, nein! Das war Peter! Hier am Ball! Aber ich dachte mir so, ja gut, das sind wir. Und dann sehe ich so, scheiße, das ist Beta. Oh Gott, nein, Mama! So ein sehr guter Gedankengang von mir. Okay. Okay. Wollt ihr noch ein Beta-Test? Ja gut. Dein, ähm, dein Ding, Stein, wie nennen wir das? Dein Claymore-Briten, nichts gegen Nuff-Levels. Einfach nochmal mit Beta schießen. Da war es kurz. W Orlando! W Schottbким! Gino 7! Da war es, okay. Na war! No lyser für die W1! Die Anwäsche haben wir, was sie sehen? Wie ist es das? Ja. Lass uns die Anwäsche. Wir haben ihn nicht. Wir haben ihn auch nicht. Wir haben ihn nicht. Wir sind die Anwäsche. Anwäsche. Jetzt sind wir. OMEGA ATTACK! KIEPER KOMMAND 07! 07! Nein, das ist kein Verlust. KIEPER KOMMAND 07! KIEPER KOMMAND 07! Ich habe mit einem Wettbewerb, also mit einem Wettbewerb. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ah, sie kommen mit Temma. Was hat sie, die kommen mit Temma? Sehr gut. Ist er denn nur? Rabitar. Oh, schau, du. Ja, du. Uff, Stress, Kaul. Okay, hat er kurz seinen Finger. Oh Gott. Oh, Peter. So, Lost Time. Get direct by Shinsuke. Le Shinsuke with P.I.P. Guter Junge. Aus der Warnung, du Penner. Zero, four. Spinning, blablabla. So, damit habe ich das Spiel 8-0 gewonnen. Letztes ganz im Ende des Zanark Domain. Wir wollen das Team wieder ein bisschen, wir werden das Starting Team ein bisschen umändert werden. Für das Team. So. Okay. Zanark Domain. So, kommen wir hier. Tue ich raus. Tue ich raus. Dich tue ich rein. Dich tue ich. rein für. Moment mal. Nein, 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 nein. Den Bittertest habe ich nicht vergessen. Das ist wichtig. Mhm. Gut. Einmal Bittertest und danach auswechseln. Dann kann Saru wieder reinkommen oder halt fahren, je nachdem. Jo, das ist das Wichtigste. Es hat immer der Beta-Test. Okay, jetzt kommt Sanarke Domain. Perfekto. So, er ist dann mal das Wichtigste auf dieser Welt. Perfekto. Wenn ihr aufgepasst habt. Wenn ihr aufgepasst habt. Es ist Beta. Sie sind immer noch 1 Meter. All right. Jetzt wechseln. Beta, du hast einen guten Job gemacht. Fran, kommst rein. Für links. Bis zum nächsten Mal. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Voll verletzene, Mann, mich nicht! Mein Gott, was ich noch vers bin! Der ist auch ein Geist! Man hat schon gesagt,, Janne! Man hat nur tief geflutet, was ich noch nicht gesehen war! Mixi-Max into Shinsuke. Mixi-Max into... Into... Dragon! Mixi-Max into... Kome! Mixi-Max into... Nobunaga! Mixi-Max into... Nobunaga! Mixi-Max into... Mixi-Max into... Arta! Wieso, wenn die noch nicht die Mixi-Max sind? Wieso? 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 Du kommst dich vorbei, Armin! Uhu. Kikkui Jumonji? Hmm. Fuck you! Fuck you! Ahhhh! Oh! Okay. Uhhh! Oh fuck. Oh no, we can split. Oops. I can't wait. I can't wait. Oh fuck. Oh no, we can split. Those are the criteria off. What kind of fight? Oh no, we can't wait. Oh no, we can do it. NJ. Let's go... It's going to get us. Was ist das? Was ist das? Ja, gut. Ich bin jetzt auch einig. Jeb ist auch einig. Nein, egal. Drei. Du bist jetzt! Aber jetzt? Mache ich? Mache ich? Hilfe! 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 Stimmlos! Nice! Doppelte Defensive von den beiden! Oh! 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 Oh my god! Holy shit! Hoo! That's not a knob! That's not a knob! Yo! Man, it's so difficult. Yeah... One more... Yeah... I can't do this... I don't wanna... I can't do this... I can't do this... Oh my god! Yeah, I can't! Fuck! Hm. Das war nicht so gut. Da kann aber nicht rollen. Oh Gott! Nein. Ohno Zerugi. Ohno Zerugi. Ah! Wieviel. Frank! Ich werde jetzt zu fliegen. Jetzt! Nachsaus. Auf einmal. Was? Hey! Potsdam! Was? Auf einmal. Ah! Ich bin kurz. Schrei hier. Kata! Ja, tot. 4-0. Schrei. Schra. Come on, Mindhold. Bruder. was ist dieser ach so ist nicht mehr game ich mag ich sehe ich gerade die gesamte team ist voll sich nicht gemixen maxx blieben da ist schade aber es ist okay Das ist jetzt mal das komplette Team. Also noch wenig Schmack, außer zurück. Das ist fein. Das habe ich mir vergessen. Warte, ich habe noch nichts gemacht in meinem Team. Okay. Dann nun die zweite Handzeit. Mal sehen, wie ich mich schlagen würde. Oh, ich dachte kurz schon, hol ich. Oh, du kleiner Pisser. Nee. Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so erotisch. Das ist von dir. Es wird ein Spring-To-Up, die deine Fresse. Oh, Mann. Oh, Natsuri. Ich habe nicht reden. Oh, Natsuri. Ich sehe keine Brräge hin. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh nein, jetzt kommt so ein Michimax. So, so. Hilfe. Kommt er durch? Nein, unser Käpt'n ist einfach... Granate. Hier oben raus. Oh, oh. Schaut sie euch an. Kommt ein bisschen. Das ist so ein bisschen ge... Nee, das lass ich mal durchgehen. Hör auf Sanak, muss ich jetzt aufpassen. Wenn man vom Teufel spricht, da ist er schon. Nein, komm. Das lass ich durchgehen. Das lass ich durchgehen. Nein. Du kommst nicht vorbei. Kira, kira. 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 Ja, wie gesagt, sicherlich durchgehen. Ich würde es so auch gedacht, dass da Michimax einfach drauf geht. Was. Gut 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 gut. Kira, der ist kein Michimax mehr. Das heißt, du bist jetzt useless. Also, useless. Ich würde sagen, dass das ist. Das ist einfach nicht mehr. Es wird sich gefährlich, dass ich jetzt permanent auf ihn aufmachen muss. Das ist ein einzigartiger Gelegenheit! Okay, dann geht's! Nein! Oh, hast du genau jetzt deine Leistung bekommen, du Bastard! Na, schade. Äh! Oh... Hätte er mich fassen sollen, ich hätte einfach warten müssen, wenn ihre Leistung... Scheiße. Meine Fräse! Ne, auf dir gerade ein bisschen. Nice clear! Kann ich jetzt endlich mal irgendwie... ...ohne bestraft zu werden! Uuuuh! Mama! Danke! ...GREAT BLASTER? GRREAT BLASTER? Mmhm, 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 mmh. 3-mal. Das wird jetzt auch geschafft. Ey, nicht mal, da konnten die Beine mal schießen. Geht mir da auch nicht mehr so lange. Aber 5-0 ist auch nicht so ein schlechter Sieg. Obwohl, mein erstes Sieg glaube ich irgendwie 10-0 war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Eins von denen war es auf jeden Fall. Okay, jetzt hat er seine Leiste nicht weggehabt. Schade. Bei den Hälter aber. Also, ich möchte die Max verbrauchen erstmal so aus dem Prinzip. Ja, schön. Ja, schön. Tayo ist auch noch da. Den ich auch noch brauchen, verbrauchen kann. Dann müsste Tayos kommen, wenn noch die Probe machen. Das ist immer viel zu spät. Das ist einfach so. Das ist aber nicht möglich. Das ist auch nicht gleich. Na, das ist gerade noch. Das ist auch nicht möglich. Das ist ja jetzt nicht möglich. Okay. Das ist ja so. Das ist ja so. Mama, ich bin nach. Ich bin nach. Ich hab aber rein! Egal! Aja! Sie sind unsere Frenzio? Ja! Tandokata! Ich hab Citrus! Keine Ahnung! Oh, perfekt! Nice! Nice! Da kann ich wirklich noch einmal schießen. Ja, der letzte Schuss für diesen Part. Von meinem Team natürlich. Rabito! Oh, fuck. Ah, findes Glück. Egal. Ist fine. 7 zu 0. Und damit haben wir das Match eigentlich eh gewonnen und damit soll das Match auch gleich vorbei sein. Perfekt? Also es kommt nur kurz aus. Nein. Es ist vorbei. Und damit haben wir diese Pokal-Runde gewonnen. War ein bisschen anspruchsvoller. Gut, ich habe jetzt auch nicht immer direkt geschossen, wann ich konnte. Weil ich wollte halt auch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen entspannter rangehen. Weil mein Team ist eh schon komplett und ich muss da nicht noch mehr machen. Oh, der Cup ist cool. Oh mein Gott, das war der Chronos-Stone-Cup. Ja. Auf der Fall ist das. Und ich habe den Team mit den. Und ich habe den. Ich habe den. Und ich habe den. Ich habe den. Und ich habe den. Und ich habe den. sehr viel TP. Wir bekommen holy shit. Also sehr viel Geld. So. Aber ja, dann im nächsten Part werden wir dann beim Movie Cup sein. Wunderbar. Hier nochmal. Alle Pokale nochmal vor Augen. Und hier noch ein paar Fiebeln zum Ausrüsten. Wie gehen wir das? Geben wir das Fran. Komm, geben wir das Fran. Warum nicht? Hm. Schindow hat noch nicht so viel bekommen. Darum gehen wir... Der TP gehen wir jetzt auch schön so. Na dann wird schon so noch ein bisschen stärker. Und joa. Dann überarbeite ich mal kurz das Team. Ne, nicht so. Also wieder Aufstellungen natürlich. Ja, das ist dann das Team. Wie es aussieht, wenn man dann wenn ich dann wenn man dann das Team davor sieht. Fran da. Tayo hier. Ja. Ja. Und ich würde sagen wir werden diesen Part. Und hören uns im nächsten Part wieder bei der bei der Movie Poker Runde bis denne. Und ciao. Ciao. für's. Ciao. Ciao. die Sonrasigt des Ponsumippens. Ich wünsche dir schon viel dropped. Tochter geht Runde. Ich wünsche. Tuna sehr gut go. быть.